Die Umbauarbeiten im dritten OG des Gesundheitszentrums Helfenstein schreiten zügig voran. Bald schon wird hier eine neue Kurzzeitpflegeeinrichtung entstehen. Derzeit sind die Handwerker fleißig dabei, Böden zu verlegen und Bäder auszubauen. In der Kurzzeitpflege entstehen 16 Patientenzimmer mit jeweils eigenem barrierefreiem Sanitärbereich. Dazu kommt ein Speisesaal inklusive Aufenthaltsraum mit Küche. Im Zuge der Umbauten werden zudem die technischen Anlagen erneuert bzw. an die neuen baulichen Gegebenheiten angepasst. In unserer neuen Kurzzeitpflegeeinrichtung können pflegebedürftige Personen für einen begrenzten Zeitraum umfassend versorgt werden. Neben professioneller Pflege und Betreuung bieten wir auch zahlreiche Aktivitäten und eine angenehme Atmosphäre. Die Kurzzeitpflege ist eine wertvolle Ergänzung unseres Leistungsangebots und entlastet gleichzeitig Pflegen der Angehörige. Bereits Anfang Januar 2025 findet die Eröffnungsfeier statt. Mitte Januar sollen schon die ersten Patientinnen und Patienten einziehen. Bereits Anfang Januar 2025 Vielen Dank.